Heute besuchen wir die Ex-Miss Schweiz, Christa Rigozzi. Schön, und was bringen wir dir mit? Das werden wir aus der Redaktion erfahren. Ade! Anina, Julian, heute gewähre ich euch intime Einblicke in meinen Neudingskasten. Wieso? Ihr bringt Christa Rigozzi, den Ducati Monster 696 ABS, vorbei. Der Motor hat einen luftgekühlten Zweizylindermotor in L-Form mit zwei Ventilen pro Zylinder und desmodromisch gesteuert. Ein 6-Gang-Getriebe und eine hydraulisch betätigte APTC-Kupplung im Ölbad. Dass das Teil auch richtig robust ist und lange hält, hat es einen Stahlgitterrohrrahmen dran. Julian, ich muss sagen, ich beneide dich, dass du heute Christa Rigozzi, den Ducati, vorbeibringen und mit ihr über die Landschaften fräsen. Aber weisst du was, ich bin froh, dass du heute Abend Anina zurückbringst. Und wer weiss, vielleicht nehme ich sie auch auf dem Ducati mit. Jetzt sind wir hier im wunderschönen Tessin. Ines Kona, das Wetter wie meine schöne Nachbarin. Wunderschön, Christa Rigozzi, du bist wieder zurück im Tessin. Wie fühlt es sich an, Back to the Roots? Es ist natürlich meine Heimatskantone. Die Sonne scheint, es ist schön und hier finde ich einfach meine Ruhe. Du bist eine richtige Businesswoman eigentlich geworden und Christa Rigozzi ist eigentlich schon fast eine Marke, oder? Kann man das so sagen? Ja, man kann schon das sagen. Ich habe vor sechs Jahren die Schweinswahl gewonnen und ich habe einfach dieses Showbusiness entdeckt, dass ich gerne moderiere, dass ich das Publikum liebe, die Interaktion, die Kommunikation und so habe ich einfach meinen Job gefunden. Natürlich haben wir für dich auch, wie könnte es auch anders sein, ein Neu-Dings mitgebracht. Wir haben nämlich gehört, dass du ein bisschen die Töv fährst. Ich liebe einfach die Adrenalin und wenn ich mit dem Töv fahre, fühle ich mich einfach frei. Was fährst du? Also ich fahre mit einer Ducati Monster. Das ist sehr gut, weil wir haben Christa natürlich die Neue mitgebracht. Ducati Monster 696. Jetzt gehen wir die gerade mal anschauen. Die warten hier hinten. So! Wow! Das ist die neue Bucati. Sehr schön, ja. Das neue Modell. Ich freue mich sehr. Jetzt will ich nur noch fahren. Den See entlang, denke ich. So weit es dich dreht. Genau. Danke viel, viel mal. Hat mich sehr gefreut, sich zu kennenlernen. Vielen Dank. Uvacho! Es wird schwierig. Genau, genau. Genau, genau.